Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Mittelerde. Das letzte Mal haben wir ein paar Gegner getötet und machen dieses Mal damit weiter in der Hoffnung, dass wir eine weitere Ebene mit unseren Machtpunkten weiterkommen. Schleichaufziehung oder Schleichbrandmarkung. Okay, dann kriegen wir die geilste Fähigkeit des gesamten Spiels. Gut, aber jetzt die Rangleiter empor. Nein, das ist ein verlorenes Duell, du Narr. Hierhin? Ist das, ist das gut? Ich nehme dich einfach hin. Verrücken wir uns, sonst verliert er seinen Kopf. Irgendwie verlockend, nicht wahr? Blende die Augen und das Biest sieht dich nicht kommen. Oh, durch Schleichttötung, ja gut. Das habe ich jetzt an der Stelle schon verkackt. Ich hätte vielleicht erst lesen sollen. Und dann töten. Und du stirbst. Und den Schildträger eliminiere ich direkt mal. Ich werde dein Inneres nach außen kehren. Schwäche Burok, dass er verhört werden kann. Habt ihr das gehört? Dazu sollte ich vielleicht erst mal die anderen Bieste töten. Und dann drückt ich dir so viel Schaden rein. Lass den Henker am Leben. Er kann uns den Weg zeigen. Häuptling ist der einflussreichste Rang der Uruk-Schreitmacht. Hauptwäner streben danach, zum Häuptling aufzusteigen. Einige werden dafür morden und sowohl Freunde als auch Feinde in den Rücken fallen. Andere versuchen als Leibwächter eines Häuptlings, dessen Gunst und Schutz zu erlangen. Aus dieser Verbindung lässt sich schließen, dass Burok der Leibwächter eines unbekannten Häuptlings ist. Drücke... Drücke Leertaste mit Informationsmacht. Mock, der andere Zwilling. Seine Eigenschaften. Er leidet Schaden nicht für einen Kampfangriffe, kann nicht für einen Kampf oder Schattenangriffe verwundet werden. Er leidet Schaden durch Kampftodesstöße, was Verletzungen seines Leibwächters, Ascaragor. Schläger ist ein Sprung heraus, ausflammende Waffe. Nice. Kampfgestillt. Das Todesstoßnotwendig, okay, furchtlos. Flüchtet niemals, das ist gut. Das ist, wenn sie flüchten. Gemeinsam sind wir zwei unschlagbar, was? Geh, bevor ich meine Meinung ändere. Was ist mit unserer Anwachung? Damit ist es vorbei. Na gut, dann... Ich dachte nur, dass wir... Äh... Halt, Halt! Halt, Wollläufer! Sieh mal. Wenn ihr Häuptling von meinem Sieg hört, wird er mich zu seinem Leibwächter machen. Und was wird mir das nützen? Ein verhälterischer Leibwächter? Ich kümmere mich um einen Häuptling für dich! Und du tötest die anderen vier allein. Dann sehen wir uns am Trainingslager wieder. Ich bringe dir meinen Häuptling mit und du hast leichtes Spiel. Halt, 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 Halt... Versuch nur diesmal nicht wieder den Kopf zu verlieren. Klar, werd's versuchen, ja. mit rätberg hat ja schon wieder nahm ist mitbekommen dort getötet auftrag abgeschlossen trotz seiner unfähigkeit hat uns dieser red back in der befehls kette nach oben gebracht er hat ein talent für das scheitern so übersprungszertäubung jetzt haben wir sie und das ist jetzt so geil ein wiedersehen größer ist eine überlebenschance nicht gerade eben umgebracht so ja ich werde dass du ja ich erinnere mich nicht dann war mich mal informationen gold lebenstrinker und uber ist tot was war das muss er darunter das ist meist gestoß davon aufzuhören klinge tötung explodieren dass genau das hier ist kampf aufzuhören statt die gegner mit erfinden zu richten kann ich dir auch einfach im kampf aufzählen der krieg pfeile zurück also das war eine hunde ich dachte es war irgendwie so eine herausforderung so wo ist die nächste main quest in der nähe zerbrochene erinnerung dann gehen wir mal hier hin so müssen wir uns auf dem weg dann ja auch direkt einen weiteren häuptling und da ist und er lässt sich auch schon also das ist derzeit ein bisschen billig mit dem übersprung dann höre ich ihn auch mal ich gar nicht bitte hilf uns ich bin ich frei wir machen machen erst weil das hier fertig ich dachte ich hätte diesen kleinen nicht geschnappt der junge erschleicht es ist eine falle gehe ich gerade der poet in die falle er glaubt er lockt uns in eine falle enttäuschen wir ihn nicht betrete die falle gelb muss ich sagen okay wo waren die dann brauchen wir euch hier oben drüber ich fühle es in den knochen jemand schleicht hier herum wenn es der waldläufer ist dann bekommen wir wenigstens gleich einen guten kampf so wusste es ist hier wahrscheinlich hier wieder unter mir ich wette ich könnte dem grauke einen fuß abschlagen bevor es mit seinem dummen äuglein blitzen kann tschüss nope nicht mit mir ich ja jetzt so eine dämliche fliege im zimmer dann sammle ich mal hier die pfeile ein was das da bist du da kommst du ich kann ich gar nicht ich kann ich gar nicht er sagt mal Ich habe dich da, wo ich dich haben will. In meiner Falle! Ja, ja? Jetzt stolp dich nicht! Und du stirbst. So, dann schalte ich mal ein paar aus. Das ist eine Knie. Zünde das Leuchtfeuer an! Ich teic es einem Luchten! Ach, mal! Bin ich jetzt Jesus, oder was? Oder warum willst du mein Blut beim Abendmahl trinken? So, erstmal eine schöne Kampfaufzehrung. Ich muss mein Grabgedicht verfassen. Warte noch! Nein. Ihr seid alle des Todes. Jeder, der sich mir in den Weg stellt, wird sterben. So einfach ist es. So, dann schmackt man es den hier. Und gehen mal dort drüben zur Schwertlegende. So, die machen wir nicht auch schnell. Besiege die Kriegerhorde. Ja gut. So, OVLs Sturm ist jetzt aktiv. Und damit exekutiere ich mal eben ein paar. Ja, das ist ja Ziel der Mission. So, du stirbst. Und, du stirbst. Und, du stirbst. Und, du stirbst. Und, du stirbst. Dann lass ich jetzt wieder den Bogen. Und, du stirbst. Ich lutsche dich hier aus. Und eliminiere dich. Also jetzt mit diesem Übersprung sind halt auch so eine großen Gegner Horden sehr schön zu töten. Das mache ich jetzt auch die Aufziehung habe, mit der ich mir halt Pfeile ziehen kann. Das heißt, ich kann hier meine HIP-Serie steigern. Dann die Finder aufzehren. Ein Fokus wiederherstellen, wenn das Kampf ist. Und dann einfach während des Kampfes Feinde töten. Oh, und du stirbst. Ah ne, entziehen, dann hätten wir die Pfeile, stimmt. Und nochmal die 100er Siege erreicht. Eins. Und. Wie? Erfolg erreicht! Waffenverbesserung. So. Wo ist das Artefakt? Rechts. Aber gut, da werden wir jetzt nicht hinkommen, sondern erst in der nächsten Folge. Oder? Ach, Quack. Lass, dann kann ich die Aufnahmesession jetzt werden. Ne, dann hol ich mir das jetzt noch nicht so viel Zeit. Ja, dann mach mal so schnell. Zerfledigte Botschaft. Mein liebster Hürger, ich verstecke mich außerhalb des Lagers und bete, dass sie mich nicht entdecken. Sie versklaven jeden, den sie finden. Wenn du doch nur hier wärst. Aber ich weiß, dass du die Uruks bekämpfen musst. Sonst hat niemand von uns eine Chance, hier frei zu sein. Ich fürchte, ich werde dich niemals wiedersehen. Ich weiß nicht, wie lange ich überleben kann, wenn sie mich finden. Deine dich liebende Ehefrau, Eren. Traurig. So, jetzt können wir uns hier wieder was kaufen. Mach mal wieder einen Bogen. Gucken wir mal rein, was wir hier neues haben. Na, komm schon beim mittleren Treffersee. Uh. Was habe ich hier? Okay, dann nehmen wir Anmut der Elben raus. Untersatzen wir es hier durch. Der Bogen hat einen neuen Slot, den wir gleich bedienen. Die Blauen sind eingesetzt. Töttingen Kopftreffer in die Flucht zu schlagen. Brandmarkung. Ja, mach mal das hier. Der Deutsch, was hast du hier neues? Steht bei der Aufziehung der Brandmarkung 25. Gesundheit. Wieder her. Dazu zählen zum Beispiel auch Kampfaufziehungen. Das heißt, wir nehmen die Gunst hier raus. Ja, gut. Und dann weiß man noch schnell zum nächstgelegenen Turm. Na, nehmen wir den hier. Und dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Karak Angren, die Isenmünde, hielten ihre Gefangenen in einem eisernen Griff. Der dunkle Herrscher, ganz gleich in welcher Gestalt, strebt nach Herrschaft. Ach nee. Der dunkle Herrscher strebt nach Herrschaft. Wir hätten das gedacht. Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr tut Spaß und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.